Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um lineares Gleichungssystem. Ihr seht hier den Mark und die Lia. Die wohnen nebeneinander und wollen in die Schule fahren. Die Lia fährt etwas später los. Dafür ist sie schneller. Sie fährt nämlich 20 kmh, 20 Stundenkilometer. Wahrscheinlich schafft sie das nicht die ganze Zeit, aber wir gehen mal davon aus, dass sie immer genau 20 kmh fährt. Und der Mark 15 kmh. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann holt die Lia den Mark ein auf dem Weg in die Schule? Und das Ganze kann man lösen mit einem linearen Gleichungssystem. Und da müssen wir uns mal überlegen, was ist denn ein lineares Gleichungssystem und was hat das mit dieser Aufgabe zu tun? Darum geht es jetzt. Als erstes schauen wir uns mal das Ganze in einem Koordinatensystem an. Denn lineare Gleichungen, lineare Funktionen, das wisst ihr ja schon, das ist ein Graph, der eine Gerade darstellt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir mit diesen Informationen auf eine Geradengleichung bzw. auf einen Graph kommen. Jetzt müssen wir das erstmal beschriften. Ich habe hier die y-Achse, die Kilometer angegeben. Also wie viele Kilometer sie gefahren sind, habe das von 1 bis 10 mal gemacht. Und bei der x-Achse, die Zeit habe ich dafür genommen. Also 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Und jetzt können wir mal versuchen, das Ganze darzustellen. Als erstes nehmen wir den Mark. Der startet ja nach 0 Minuten. Der fährt pünktlich los und ist da natürlich 0 Kilometer weit gefahren. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Angabe 15 Kilometer pro Stunde denn in einen zweiten Punkt ummünzen. Pro Stunde bedeutet, in 60 Minuten schafft er 15 Kilometer. Ja blöd, jetzt habe ich halt irgendwie keine 60 Minuten. Aber ich weiß doch dann auch, dass er zum Beispiel in 20 Minuten ein Drittel davon schafft. Also 60 Minuten 15 Kilometer. Dann muss er nach 20 Minuten doch 5 Kilometer weit gekommen sein. Und schon habe ich zwei Punkte. Und das reicht mir ja für das erste aus, um den Graphen zu zeichnen, wie schnell der Mark unterwegs ist. Und das gleiche machen wir jetzt mit der LIA. Die LIA startet ja 5 Minuten verspätet. Also nach 5 Minuten ist die bei 0 Kilometer. Da geht es bei ihr erst los. Und wir machen das gleiche wieder. 20 Kilometer schafft sie in 60 Minuten. Also schafft sie doch in 30 Minuten 10 Kilometer. Und kleiner Trick, natürlich ist nicht das 30 die 10 Kilometer, sondern weil sie ja 5 Minuten später losgefahren ist, braucht sie jetzt noch 30 Minuten. Also ist sie nach 35 Minuten bei 10 Kilometern. Und jetzt können wir auch hier die Geradengleichung oder die Gerade, den Graphen, zeichnen. Und jetzt wissen wir auch, wann sie sich treffen, beziehungsweise wann die LIA den Mark überholt. Nämlich nach 20 Minuten bei 5 Kilometern. Das Ganze kann man auch als Funktionsgleichung darstellen. y ist gleich ein Viertel x oder y ist gleich ein Drittel x minus 5 Drittel. Das Ganze kann man berechnen, das habt ihr ja schon gelernt, indem man die Steigung und den y-Achsenabschnitt berechnet. Das reicht ja aus, wenn man eben da zwei Punkte hat. Das werde ich jetzt aber nicht wiederholen. Und jetzt ist die Frage, wo gehört was hin? Und das habe ich mal ganz schnell zugeordnet. Ein Viertel x, ganz klar, hat keinen y-Achsenabschnitt. Das heißt, das muss diese Funktionsgleichung sein. Und dieses minus 5 Drittel, das seht ihr ja, wenn man das hier nach unten zeichnet, dann wird das irgendwann hier unten die y-Achse schneiden. Das heißt, wir haben diese beiden Funktionsgleichungen und diese beiden Graphen. Und das ist nichts anderes als unser lineares Gleichungssystem. Ein Gleichungssystem besteht nämlich einfach aus zwei geraden Gleichungen oder zwei linearen Gleichungen. Die erste, das macht man mit dem römischen Einser, ist in dem Fall unser y ist gleich ein Viertel x, der Mark. Und unser zweites ist, y ist gleich ein Drittel x minus 5 Drittel. Also zwei lineare Gleichungen ergeben ein lineares Gleichungssystem. Und dieses lineare Gleichungssystem kann ich jetzt lösen. Das muss nämlich gleichzeitig gelten. Und das ist dieses Häubelchen oder dieses Hütchen, und zugleich heißt es. Wann passen denn diese und zugleich? Das ist dann die Aufgabe, die man bei einem linearen Gleichungssystem zu lösen hat. Also ein lineares Gleichungssystem sind zwei lineare Gleichungen. Es hat zwei Variablen, y und x. Es kommt das und zugleich dahin. Das ist übrigens die allgemeine Schreibweise, wie man das macht. Und die Lösung entspricht dem Schnittpunkt. Also da gelten beide Gleichungen gleichzeitig. Und zugleich. Und das ist in dem Fall S205. Heute haben wir also gelernt, was ein lineares Gleichungssystem ist. Ganz einfach. Zwei lineare Gleichungen, die gleichzeitig gelten müssen. Und dann haben wir auch schon gelernt, wie wir das Ganze lösen können. Nämlich, wir zeichnen die Gleichungen und schauen, wo ist der Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt ist dann die Lösung. Und darauf werden wir uns jetzt einigen, dass wir das Ganze grafisch lösen können. Aber anschließend werden wir uns noch ganz viele Verfahren anschauen, wie man das Ganze auch mathematisch lösen kann. Fürs Erste reicht es, das zu wissen, was wir heute in diesem Video gesehen haben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der nächsten Stunde. Macht's gut. Tschüss.